Volker Wissing hat so aufs Maul bekommen vom Spiegel, dass ich die geschändete politische Ehre jetzt hier nochmal aufzeigen will. Lass uns doch einfach mal schauen, was in dem Nachrichten los ist. Der Bund will nach seiner juristischen Niederlage im Streit mit Maskenherstellern vor den Bundesgerichtshof ziehen. Remember, wo Jens Spahn versucht hat, mit ein paar Beratern die Maskenhersteller abzuziehen, weil er ihnen erstmal Ausschreibungen gegeben hat, die übelst lukrativ sind und jetzt ziehen die vor den Bundesgerichtshof. Also das Gesundheitsministerium. Jens Spahn ist nicht mehr da, der ist jetzt so ein kleiner Keck in der Opposition. Ein kleiner Populisten-Keck. Aber hier steht, das Gesundheitsministerium erklärte, man wolle die Sache letztinstanzlich klären lassen. In dem Streit geht es um die Lieferung von FFP2-Masken während der Corona-Pandemie. Der Bund hatte damals eine offene Ausschreibung veranstaltet, an der sich weitaus mehr Händler beteiligt hätten als erwartet. Wer hätte das ahnen können? Daraufhin verkürzte das Gesundheitsministerium die Lieferfristen und verweigerte bei einem großen Teil der Ware die Annahme. Es verwies zudem auf Qualitätsmängel. Im konkreten Fall hatte einer der Lieferanten geklagt, das Unternehmen ILTS. Am Freitag entschied dann das Oberlandesgericht, dass der Bund der Firma rund 86 Millionen Euro plus Zinsen zahlen muss. Demnach war die Verweigerung der Annahme nicht rechtens. In erster Instanz hatte das Bundeslandgericht noch keine Zahlungsverpflichtung des Bundes gesehen. Auch andere Unternehmen haben den Bund verklagt. Diesem drohen weitere Kosten in Milliardenhöhe. Jens Spahn, das hast du richtig gut gemacht. Das nenne ich mal gute Arbeit vom ehemaligen Gesundheitsminister. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn ist für die Stütze nämlich verantwortlich. Und wird er dafür verantwortlich gemacht? Nein, gar nicht. Der Steuerzahler darf das zahlen. Let's go. Aber Jens Spahn ist nicht die einzige Koryphäe in politischer Instanz, der aus unerklärlichen Gründen noch überhaupt politisch aktiv ist. Es gibt noch einen viel interessanteren Fall. Und dieser Fall heißt Volker Wissing. Volker Wissing hat so aufs Maul bekommen vom Spiegel, dass ich den wirklich, die geschändete politische Ehre jetzt hier nochmal aufzeigen will. Der Spiegel hat wirklich einen, der Spiegel hat einen Volker Wissing Bodyslam veröffentlicht. Und das ist schon sehr unangenehm. Aber ich nehme euch einfach mal mit in den Artikel hinein. Warum ist Volker Wissing noch Minister? Erneut gibt es einen Kungelskandal im Bundesverkehrsministerium. Wieder geht es um Luftschlossalternativen zum E-Auto. Die Liste der Blamagen, Pleiten und Skandale in Volker Wissings Ministerium ist rekordverdächtig. Volker Wissing ist etwa seit zwei Jahren und acht Monaten Minister. Ich weiß, es fühlt sich länger an. Als er das Amt antrat, lag die Latte sehr niedrig. Denn sein Vorgänger war Andreas Mautdesaster Scheuer, Christian Schmidt Alexander Dieselskandal Dobrindt und Peter Stuttgart 21 Ramsauer. Dennoch ist es Volker Wissing gelungen, die Leistung dieser Vorgänger noch einmal um einiges zu unterbieten. Und zwar sowohl was ausgebliebenen Erfolg als auch was eingefahrene Misserfolge, peinliche Pannen, handfeste Skandale angeht. Die Liste ist atemberaubend. Im Folgenden ein zweifellos unvollständige Chronologie der Highlights aus 32 Monaten Volker Wissing. Seid ihr bereit? Let's go. Januar 2022. Der frischgebackene Minister Wissing bricht im Tagesspiel eine Lanze für die Elektromobilität. Sie sei am effizientesten. E-Fühls dagegen würden auf absehbare Zeit nicht einmal genügend vorhanden sein, um die jetzt zugelassenen PKWs mit Verbrennungsmotoren damit zu betreiben. Die Aussage entspricht dem Expertenkonsens, nur bleibt Wissing nicht dabei. Im April 2022 liefert Wissing ein Interview mit der Hamburger Morgenpost. Ein spektakuläres neues Argument gegen das von der FDP bekanntlich erbittete, bekämpfte Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Man habe dafür nicht genügend Schilder auf Lager. Im Juli 2022. Der Minister Wissing legt etwas vor, das sein Ministerium Sofortprogramm nennt, um die gesetzlich festgeschriebenen CO2-Einsparziele seines Ministeriums zu erreichen. Der Expertenrat der Bundesregierung stellt anschließend fest, dass das Papier nicht die Anforderung an ein Sofortprogramm erfüllt. Eigentlich sollte der Expertenrat es prüfen, aber da war einfach nichts zu prüfen. August 2022. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner greift Volker Wissing bei den Arbeitsverweigerungen unter die Arme. Die FDP fordert jetzt die Abschaffung der Sektorziele für einzelne Ministerien. Diese kommt später tatsächlich. März 2023. Volker Wissing will jetzt von ihm selbst eben noch konstatierte Primat... Oh Gott, Alter, was ist das für ein Satz? Volker Wissing will jetzt von ihm selbst eben noch konstatierten Primat der E-Mobilität nichts mehr wissen. Er kündigt überraschend die Zustimmung zu einer EU-Verordnung auf, die für die Zeit ab 2035 nur noch CO2-neutrale, fahrende Neuwagen vorsieht und blamiert ganz Deutschland. Die Verordnung hatte fast alle Stadien des EU-Gesetzgebungsprozesses durchlaufen. Auch Wissing selbst hatte bereits zugestimmt. Das sorgt auch international für Aufsehen. Der wirtschaftsliberale Economist aus London nennt das Manöver einen tollpatschigen Versuch, neue europäische Gesetzgebung in letzter Minute zum Scheitern zu bringen. Die Financial Times findet, Deutschland gebe ein schreckliches Beispiel für andere Länder ab. Danke, Volker Wissing. März 2023. Ich lese das jetzt so vor, wie es hier steht. Volker Wissing will 150 Millionen Euro Fördergelder für Flugtaxis zur Verfügung stellen. Mai 2023. Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, rückt bemerkenswert explizit Wissingsministerium. Zitat. Viele Chancen, wie ein breiterer Einsatz von Tempolimits, Mautgebühren für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge oder City-Mauten wurden nicht genutzt. Andere, beispielsweise die Anhebung der Parkgebühren, werden nur langsam realisiert. Juli 2023. Das Handelsblatt berichtet, es gebe den unangenehmen Verdacht, dass im Wirtschaftsministerium Fördergelder an persönliche Freunde eines Abteilungsleiters vergeben worden seien. August 2023. Nun berichtet das Handelsblatt, dass der betreffende Abteilungsleiter selbst Patente an einer Technologie hält, die er anschließend als Ministerialbeamter fördern ließ. Wissings Staatssekretär Stefan Schnorr wird mit einem internen Prüfung beauftragt. Kurz darauf erklärt Schnorr, es gebe keine Hinweise auf Günstlingswirtschaft. Zufall? September 2023. Das Handelsblatt berichtet, dass der betreffende Abteilungsleiter gleichzeitig Honorarprofessor einer Universität ist und bis 2019 Geschäftsführer einer bundeseigenen Projektgesellschaft war. Die Hochschule habe sowohl vom Ministerium als auch von der Projektgesellschaft Aufträge erhalten. Das Ministerium will sich zum Sachverhalt nicht äußern, verweist aber wieder auf eine interne Prüfung. Oktober 2023. Der Bundesrechnungshof wirft dem Verkehrsministerium Versagen beim Klimaschutz vor. Explizient erwähnt der Bericht das Potenzial eines Tempolimits. Aber wir haben dafür ja keine Schilder. Januar 2024. Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2023 so viele Verspätungen eingefahren, dass sie eine Rekordsumme an Entschädigungen auszahlen muss. 133 Millionen Euro. Der 2. Februar 2024. Nun berichtet der Spiegel über neue Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Fördermitteln. Das Ministerium erklärt erneut, dass keine unzulässigen Einflussnahmen oder ein sonstiges Fehlverhalten des Abteilungsleiters im Zusammenhang mit der Förderentscheidigung festzustellen war. 6. Februar 2024. Der Spiegel berichtet weiter mit neuen Details. Der Abteilungsleiter habe einen Freund, mit dem er Urlaubsreisen unternommen habe, 1,5 Millionen Euro an Fördergeldern verschafft. Es ging um Wasserstoff. Eine Antriebstechnologie, bei der längst klar ist, dass sie im Automobilmarkt keine Chance gegen das E-Auto hat. Es scheint, als sei das Ministerium weniger technologieoffen als offen für gute Beziehungen zu bestimmten Personen und Branchen. 16. Februar. Nun erklärt der Staatssekretär, dessen Prüfung keine Unregelmäßigkeiten ergeben hatte, das nötige Vertrauensverhältnis des Ministers zu dem Abteilungsleiter besteht nicht mehr fort. Hä? Der Mann und ein weiterer ranghoher Beamter werden mit sofortiger Wirkung von der Leitung des Referats entbunden. 20. Februar. Jetzt stoppt das Ministerium vorerst die weitere Förderung für Wasserstoffprojekte. All dies erfolgte erst infolge der eben genannten Recherchen. April 2024. Das Einräumen zunehmender Freiheiten und abnehmender Kontrollen durch den Bund hat so die zu mangelhaften Schienennetz beigetragen. So kritisiert der Bundesrechnungshof die Gründung einer Betreibergesellschaft für Schienennetz und Bahnhöfe namens Infrago. Der Bund übe nicht genug Kontrolle aus. Juni 2024. Selbst innerhalb der FDP-Bundesfraktion gilt Volker Wissing manchen als Loser. Wisst ihr, was ich das Gute finde? Ich denke, Volker Wissing hat genauso einen Job wie jemand, der einfach einen Scheißjob hat. Wenn Volker Wissing morgens aufsteht und zur Arbeit geht, dann hat er Bauchschmerzen. Und das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Juli 2024. Das ZDF berichtet unter Verweis auf interne Unlagen, dass sich Kraftstofflobbyisten gegen Geld Zugang zum Verkehrsministerium verschaffen konnten. Außerdem habe Volker Wissing eine Grußbotschaft für einen weiteren Flüssigkraftstoffverband aufgezeichnet, die verblüffend gut zu den expliziten Wünschen des Verbandes gepasst habe. Wieder spielt einer von Wissings Staatssekretären eine zentrale Rolle. Oliver Luktschik trat demnach als Schirmherr einer Kampagne für einen Kraftstoffnamen HVO100 Goes Germany in Erscheinung mit Wissings Genehmigung. Auf Social Media, wo Luktschik sehr aktiv ist, wirbt er schon viel länger für den Biokraftstoff. Experten sind sich einig, dass dieser Kraftstoff jede Menge gravierende Nachteile hat. Es gibt nur verschwindende Mengen davon. Außerdem ist er deutlich teurer als herkömmlicher Diesel. Auch im Juli. Der einzig echte Erfolg des Verkehrsministeriums Volker Wissing, das Deutschland-Ticket, wackelt. Weil sein eigener Parteichef, Finanzminister Lindner, die Finanzierung verweigert. Auch im Juli. Die Bahn gibt ihr selbst gesetztes Pünktlichkeitsziel für 2024 vorzeitig auf. Das hat dem Unternehmen zufolge unter anderem mit der Klimakrise zu tun, zu deren Bekämpfung Wissing nichts beitragen will. Es ist von massiven Streiks, dem bundesweiten Baugeschehen und insbesondere Extremwetterereignissen im ersten Halbjahr in einem noch nie dagewesenen Ausmaß die Rede. Fachleute selbst sehen allerdings auch unter den Ministern Ramsauern, Dobrindt, Schmitt, Scheuer und Wissing verrottene Bahninfrastruktur als Grund an. Auch Juli. Offenbar ruht bei der staatseigenen LKW-Mautfirma Toll Collect eine dreistellige Millionensumme, die der Bund für Investitionen verwenden könnte. Noch ein unveröffentlichter Bericht des Bundesrechnungshofs werfe die Frage auf, warum Volker Wissing bisher nichts unternommen hat. Nun will das Ministerium eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafterbund in Höhe von 75 Millionen Euro im Jahr 2025 prüfen. Der gesamte Vorgang lässt Zweifel aufkommen, wie sorgfältig Volker Wissings Ministerium mit dem Geld der Steuerzahler umgeht. Man könnte also sagen, wenn man das alles hört, Volker Wissing ist nach hoffnungsvollen Ansätzen zumindest konsequent destruktiv. Er verweigert jede Art von Klimaverkehrspolitik. Sein Ministerium schanzt Anti-E-Auto-Feigenblatt-Projekte, Luftschlösser, Geld und Unterstützung zu. Um die Bahn, den Ausbau der Elektromobilität oder irgendeine andere Art von tatsächlich zukunftsfähiger Verkehrspolitik dagegen kümmert sich der Minister so gut wie gar nicht. Das gefährdet auch die deutsche Automobilbranche. Stattdessen blamiert Volker Wissing Deutschland auch international wieder und wieder mit erkennbar lobbygetriebenen Alleingängen. Es bleibt also die Frage, warum ist Volker Wissing immer noch Verkehrsminister? Ich weiß es nicht, warum er noch Verkehrsminister ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Andreas Scheuer die bessere Wahl ist. Also Andreas Scheuer ist ja wirklich schon, das ist ja wirklich schon schlecht. Aber er hat einfach, das ist hier ein, das hier ist, das Ausmaß ist unvorstellbar. Ei, 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 ei. Ein Beschluss des Landgerichts Hamburg, präventiv-Gewahrsam für Aktivisten der letzten Generation, war rechtswidrig. Eine In-Gewahrsam-Nahme soll Menschen von zukünftigen Straftaten abhalten. Bei Klimaaktivisten verfehle sie dieses Ziel, stellte das Landgericht Hamburg nun fest und sei daher unverhältnismäßig. Was? Nein. Das war unverhältnismäßig? Wirklich? Neun Tage lang saß Lennart Wenzel, 28, im vergangenen Jahr in einer Zelle der Hamburger Untersuchungshaftanstalt. Er wurde in Präventiv-Gewahrsam genommen. Die Justiz wollte ihn so daran hindern, sich erneut auf der Straße festzukleben. Es wäre seine sechste Blockade gewesen, seitdem er sich der letzten Generation angeschlossen hatte. Nun hat das Hamburger Landgericht festgestellt, der Präventiv-Gewahrsam war in Wenzels Fall rechtswidrig. Darin heißt es, ein Präventiv-Gewahrsam sei nur begründet, wenn nachvollziehbare bestimmte Tatsachen vorliegen, die annehmen lassen, dass der Schaden sofort oder in allernächster Zeit und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Diese besondere Anforderung sei in Wenzels Fall nicht erfüllt gewesen. Weiter heißt es, ein Wille des Betroffenen, sich innerhalb dieses Zeitraums an unmittelbar anschließenden Aktionen zu beteiligen, ließ sich nicht feststellen. Der Betroffene habe erklärt, die Stadt wieder verlassen zu wollen. Es genüge nicht, die Gruppierung der letzten Generation einen mehrtägigen Aktionszeitraum angekündigt habe. Die Inwahrsamnahme des Betroffenen sei zudem auch nicht unerlässlich gewesen. Unerlässlich nämlich sei eine Ingewahrsamnahme als äußerste Mittel der Gefahrenabwehr nur dann, wenn die Gefahrenabwehr nur auf diesem Wege oder nur auf diese Weise möglich und nicht durch andere Maßnahmen zu ersetzen sei. Das Landgericht stellt darüber hinaus fest, bei Klimaaktivisten zeige sich, dass eine Ingewahrsamnahme weder die betroffenen Personen noch weitere Aktivisten von der Teilnahme an nachfolgenden Aktionen abgehalten hätte. Der Gewahrsam sei zwar geeignet, Taten für den Zeitraum der Ingewahrsamnahme zu verhindern, sei aber unverhältnismäßig, weil weitere Taten im Anschluss an den Gewahrsam nicht erschwert werden. Im März 2023 hatte eine Aktivistin dazu aufgerufen, sich an Protestaktionen in Hamburg zu beteiligen und notfalls bis zu zehn Tage in Gewahrsam zu gehen, wie es im Gerichtsbeschluss weiter heißt. Bei dem Aufruf entstehe der Eindruck, dass die Ingewahrsamnahme als Teil des Protests von Beginn an mit eingepreist, wenn nicht sogar beabsichtigt gewesen sei. Damit könne die Bedeutung der eigenen Botschaft in den öffentlichen Diskussionen hervorgehoben werden. Wenzel selbst ist froh über die Entscheidung des Gerichts. Es sei richtig zu erkennen, dass der Gewahrsam wieder richtig war. Allerdings bekomme er die Zeit auch nicht zurück. Die Erlebnisse seien nicht rückgängig zu machen. Im vergangenen Sommer schilderte Wenzel seinen Gewahrsam so. Um 6.45 Uhr kommt der Weckruf durch den Gang. Dann ist Lebenkontrolle. Da sollte man zumindest einmal den Kopf aus dem Bett strecken, um zu zeigen, dass man nicht tot ist. Danach kommt das Frühstück und irgendwann die Freistunde. Alle zwei Tage konnten wir nach dem Weckruf duschen gehen. In der Nasszelle war Platz für drei Leute. Mein Zellnachbar und ich hatten meistens zusammengeduscht. Dabei habe ich auch meine Unterhose gewaschen und danach zum Trocknen auf die Heizung gelegt. Meine Socken habe ich im Waschbecken gewaschen. Mit seiner Anwältin will Wenzel nun klären, ob er Schadensersatz fordern kann. Er hofft, dass solche Urteile den Behörden und auch den Gerichten der ersten Instanz zu denken geben. Er wünscht sich, dass die Debatte über die Einschränkung von Protest durch die Staatsgewalt endlich Fahrt aufnimmt. Neben der nachträglichen Gerechtigkeit hat Wenzel noch einen Sieg errungen. Die Kosten für den Gewahrsam muss er nicht selbst tragen. Oh Gott, das muss man sich vorstellen. Dafür hatte ihm die Hamburger Polizei eine Rechnung gestellt in Höhe von 1594 Euro. Rechtswidrig und der Staat darf die Kosten tragen. Also, hm, hm. Das ist jetzt eher schlecht. Also eine absolute Lose-Lose-Lose-Situation. Lose-Lose-Lose-Lose-Situation. Er wurde eingesperrt, das war rechtswidrig. Er sollte die Kosten tragen, Gericht hat das aufgehoben. Also nichts für nichts und alle haben verloren. Alle haben verloren. Die berechtigte Frage, die ich hier stellen kann, und vielleicht kann das jemand mal herausarbeiten, wie viele Bauern sind denn in Präventivgewahrsam genommen worden oder in Gewahrsam aufgrund der Tatsache, dass sie aufgrund ihres Protestes eine Nötigung durchgeführt haben, weil sie mit Mist oder anderen Gegenständen Fahrstraßen blockiert haben. Wie viele Bauern sind da in Haft gekommen? Denn ich habe dazu gar nichts gelesen. Gar nichts wahrgenommen. Es gibt ja Unfälle, und da will ich gar nicht drüber nachdenken. Also ehrlich gesagt denke ich, dass bei den Unfällen ein bisschen anders operiert wird. Aber hier geht es ja um den direkten Vergleich der Nötigung. Den direkten Vergleich der Nötigung. Sind dann zwei unterschiedliche Dinge, ne? Sind dann zwei unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite hat sich die gesamte Gesellschaft gegen die Protestaktionen von irgendwelchen Linken gestellt, weil die Spinner sich auf die Straße kleben. Und auf der anderen Seite, und das muss man mal so sagen, auf der anderen Seite hat ein großer Teil der gleichen Leute dem Landwirtenprotest zugejubelt und gesagt, dass die genau das Richtige machen mit denselben Methoden, nur aus einem anderen Grund. Ich hasse die Gesellschaft. Einen großen Teil davon ist verachtenswert. Für diese Heuchlerei hat da, da wird auch ein bisschen zu wenig drüber gesprochen, muss man sagen. Ein bisschen zu wenig tatsächlich. Ich meine, nicht, dass ich das nicht tun würde, aber grundsätzlich, das reicht ja nicht aus. Da wird ein bisschen zu wenig drüber gesprochen. Nun, aber es ist wunderschön, dass der Herr Wenzel jetzt im Zusammenhang seines Urteils den nachweislich rechtlichen Beleg hat, dass es widerrechtlich war und dass er da auch nicht Geld bezahlen muss für so einen Vorfall. Ich meine, er kriegt seine Zeit nicht zurück, dass es absolut war. Aber es ist schon wichtig, dass ihm da Recht gegeben wird. Weil das ist schon traurig. Brandenburgs Regierung plant ein Abschiebezentrum und verstört die Anwohner. Bei einem Ortstermin mit dem Motto Wo drückt der Schuh? steht Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD vergangene Woche plötzlich Katrin Balk und Wolfgang Henschel gegenüber. Die beiden kommen aus Kürstrin-Kiez und wollen über das Abschiebezentrum für Asylbewerber reden, das bei ihnen gebaut werden soll. Sie sind, kurz gesagt, dagegen. Woidke wirkt, als fühle er sich auf dem falschen Fuß erwischt. Einerseits regierte er im Bundesland, in dem die AfD in Umfragen stärkste Partei ist und immer Stimmung damit macht, dass zu wenig Migranten abgeschoben würden. Aber wenn die Politik dann reagiert, scheint es den Leuten auch nicht recht zu sein. Das klingt ja fast so, als wäre das nicht die Mehrheit, die das vor... Naja, egal. Zitat. SPD-Mann. SPD! Wir müssen abschieben und irgendjemand wird etwas davon merken, sagte Woidke. Ende März würden die Bürger von Kürstrin-Kiez von ihrem Landrat und einem Stellvertretner darüber informiert, dass in ihrer Gemeinde ein sogenanntes Ausreisezentrum errichtet werden soll und dass ihr Ort nicht zufällig für eine solche Einrichtung ausgewählt wurde. Man habe bewusst einen... Ich lese das so vor, wie es hier steht. Man habe bewusst einen... Zitat. Der unattraktivsten Orte. Zitat Ende. Ausgesucht. Zitat. Damit die Leute nur noch weg wollen. Zitat Ende. Brandenburg. Brandenburg. Sagte der stellvertretende Landrat damals. Das zieht einem natürlich die Beine weg. Sagte Katrin Balk, die für den Verein Zitat Schöner Leben in Kürstrin-Vorland im Gemeinderat sitzt. Zumindest war es nicht sehr nett, sagte Wolfgang Henschel, der Ortsvorsteher. Ein Ausreisezentrum ist eine Sammelunterkunft für Ausländer, deren Asylantrag abgelebt wurde, die aber nicht abgeschoben werden können, etwa weil sie keinen gütigen Papiere besitzen. Nun sollen sie dazu gebracht werden, Deutschland freiwillig zu verlassen. Dazu machen ihnen die Behörden das Leben in der Unterkunft so unangenehm wie möglich. Das nenne ich doch mal Integration. Das nenne ich doch mal Integration. Einfach den Leuten... Weißt du, wo habe ich das da schon mal gehört? Ich denke, da gibt es auch eine Partei, die das machen will. Naja, so unangenehm wie möglich. Sie dürfen nicht arbeiten und erhalten bis auf ein paar Euro keine finanziellen Leistungen. Es geht darum, ihnen klarzumachen, dass sie keine Perspektive haben, in Deutschland zu bleiben. So ein Ort soll Küstrin-Kiez werden. Konkret geht es um ein Containerlager für bis zu 250 meist junge Männer direkt hinter dem Ort, der selbst kaum mehr als 750 Einwohner hat. Küstrin-Kiez liegt direkt an der polnischen Grenze. Ein paar Wohnblöcke aus DDR-Zeiten, ansonsten Einfamilienhäuser. Kein Supermarkt, keine Kneipe, nur ein Bäcker, das ist alles. Die Stadt, zu der Küstrin-Kiez einmal gehörte, heißt Kostryn und liegt auf der polnischen Seite der Oder. Zwischen den Orten bildet der Fluss eine große, verwilderte Insel, auf der die Preußen eine Kaserne bauten, die später von den Nazis und dann von der Roten Armee genutzt wurden. Seit mehr als 30 Jahren steht sie leer. Auf diesem Gelände soll errichtet werden, was im Ort angeblich als Alcatraz bezeichnet wird. Zitat Also ich möchte hier nicht abgeladen werden, sagt Markus Herrmann, der seit sieben Jahren im Ort wohnt und für eine Versicherung arbeitet. Wir sind doch hier nicht der Prellbock für eine verfehlte Asylpolitik, sagt Ortsvorsteher Henschel. Zusammen mit ein paar Anwohnern führt er durch die Kaserne, die inzwischen eine Ruine ist. Die Scheiben sind eingeschlagen, die Dächer sind verrottet. Auf dem Exerzierplatz fächst ein Wald. Nach der Wiedervereinigung hatte die Gemeinde gehofft, dass aus dem Areal eine Hotelanlage werden würde oder eine Seniorenresidenz. Aber es gab nie einen Investor. Der Schiffsanleger, der damals mit EU-Mitteln ans Oderufer gesetzt wurde, um den Tourismus zu fördern, wird gerade wieder abgebaut. Zitat Die Gemeinde hat eben nie Geld, sagt der Vereinsvorsitzende Balk. Seit Jahren steckt der Ort in einer Haushaltsnotlage, während Kostrütz flogiert und die Polen zum Arbeiten nach Berlin pendeln. Vor ein paar Jahren gab es eine Phase mit grenzüberschreitender Kriminalität, von der immer noch viele vom Ort erzählen. Gegen die Einbrüche gegründete sich eine Bürgerwehr, die sich nach einer Einweisung durch die Polizei nun Sicherheitspartner nennt und abends mit Taschenlampen und Kabelbindern als Handschellen Streife läuft. Seitdem geht die Kriminalität gegen Null, sagt Markus May, der eigentlich Bestatter ist, aber ehrenamtlich schon mehrere Täter festgesetzt hat. Natürlich haben die Leute Angst, dass sich das mit dem Ausreisezentrum wieder ändert, sagte Roland Valentin, ein pensionierter Bundespolizist. Ein Ausreisezentrum ist kein Gefängnis. Die Menschen, die darin leben, haben nichts verbrochen. Sie können in der Unterkunft ein- und ausgehen, dürfen nur den Ort nicht verlassen, in dem sie liegt. Die Erfahrung aus den anderen Bundesländern zeigt allerdings, dass ein Drittel der Bewohner lieber untertaucht, statt in das jeweilige Herkunftsland zurückzukehren. Zitat, es ist doch klar, dass die Leute auf einer Insel, wo sie nichts zu tun haben, auf dumme Gedanken kommen, sagt Henschel. Sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Er steht auf dem zugewucherten Parkplatz, auf dem nächstes Jahr die Container aufgestellt werden wollen. Zehn Millionen Euro will das Land dafür ausgeben. Dass das Lager in absehbarer Zeit wieder verschwindet, weil es keinen Bedarf mehr dafür gibt, ist eher nicht zu erwarten. Als die Pläne dafür bekannt wurden, hat die AfD sofort einen sogenannten Bürgerdialog veranstaltet. Dabei sitzt die Partei nicht einmal im Ortschaftsrat. Bei der anschließenden Europawahl kamen sie auf knapp 50 Prozent. Ich lese das noch mal vor. Danke an die SPD an der Stelle. Bei der anschließenden Europawahl kam die AfD auf knapp 50 Prozent aus dem Ort heraus. Menschen unwürdig behandeln, ihr Leben bewusst unangenehm machen, sie nicht mehr arbeiten lassen, führt auf keiner, in keiner Realität zu einer Lösung des Problems. Es macht das Problem schlimmer, viel schlimmer für alle. Wenn jemand, der nicht arbeiten darf, Geld verdienen will, dann begeht er wohlmöglich Dinge, die einfach nun unter Beschaffungskriminalität unter Umständen laufen. Je nach Individuum dauert das länger, manchmal geht es ein bisschen schneller. Aber Arbeitsverbote und Residenzpflicht in Gegenden, in denen nichts ist, das ist ein Problem und das keine, keine Partei lösen will. Es gibt keine Partei, die das lösen will. Wir haben hier Landräte von der SPD, die von Abschieben reden. Wir haben auf Landesebene so viel Blödsinn und auf Bundesebene ist derselbe Schmutz da. Alle Parteien, die in dieser Form irgendwas dazu beitragen, reden ausschließlich von Abschiebung oder von Freiluftgefängnissen oder von restriktiven Maßnahmen. All diese Scheiße wird seit Jahren gemacht und es bringt nichts. Warum machen wir da weiter? Oh Gott. Trump ist zurück im Angriffsmodus. Von selbst auferlegten Zurückhaltung keine Spur. Eine Woche nach dem Attentat zeigt sich US-Präsidentschaftskandidat Trump wieder kämpferisch, polemisch und voller Spott über Amtsimhammer Biden. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat in seiner ersten Wahlkampfkundgebung nach dem Attentat genutzt, um gegen seinen strauchelnden Kontrahenten Joe Biden auszuteilen. Von Anhängern in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan ignorierte Trump die nach dem Anschlag selbst aufgeerlegte Zurückerhaltung. Er stieß Beleidigungen und Beschimpfungen aus, nannte den demokratischen US-Präsident dumm, schwächlich, bezeichnete Vizepräsident Harris als verrückt, durchgeknallt, die einflussreiche Demokratin Nancy Pelosi verglich er mit einem Hund und einer Bettwanze, die von ihm in seiner Nominierungsrede beschworene nationale Einheit erwähnte er nicht mehr. Ah, komisch. Trump spottete über den im August anstehenden Nominierungsparteitag der Demokraten, Zitat, Sie haben ein paar Probleme. Erstens, Sie haben keine Ahnung, wer Ihr Kandidat ist. Biden habe die Vorwahlen gewonnen. Und jetzt wollen sie es ihm wegnehmen, sagte Trump mit Blick auf die parteiinterne Diskussion der Demokraten. Über seinen Kontrahenten der 81-jährige Amtsinhaber steht wegen seines Alters und Zweifeln an seiner geistigen Fitness massiv unter Druck. Die Mitglieder der demokratischen Partei seien in Wirklichkeit die Feinde der Demokratie, sagte Trump weiter. Er hingegen, so Trump, habe sich für die Demokratie eine Kugel eingefangen. Den Republikanern sagte der Ex-Präsident einen monumentalen Erdrutschsieg bei der Wahl im November voraus. Oh Gott, wie der letzte monumentale Erdrutschsieg, wo er verloren hat? Oh, Alter. Oh, no. Er war die erste gemeinsame Wahlkampfkundgebung mit seinem neuen Vizepräsidenten J.D. Vance. Bei einem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee hatte den Delegierten Trump und Vance vor einigen Tagen offiziell als Kandidatenduro für die Präsidentschaftswahl im November gekürt. In seiner Rede legte Trump seine kompromisslosen Ansichten zur Einwanderung dar, verbreitete Unwahrheiten über die Kriminalität von Migranten und wiederholte vielfach widerlegte Behauptungen, die Demokraten hätten die von ihm gegen Biden verlorene Präsidentschaftswahl 2020 manipuliert. Er brachte auch seinen Bewundern für ausländische Autokraten zum Ausdruck, darunter auch den brillanten chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den er dafür lobte, dass 1,4 Milliarden Menschen mit seiner eisernen Faust kontrollierte. Oh mein Gott. Unvorstellbar einfach. Wer könnte Joe Biden beerben? Immer mehr Demokraten sprechen sich dafür aus, ihren Kandidaten noch auszuwechseln. Vizepräsidenten Kamala Harris wäre die naheliegende Alternative. Doch es kursieren noch weitere Namen. Niemand außer Joe Biden und seinen engsten Vertrauten weiß, ob oder wann er aufgibt. Seit Tagen versucht der 81-jährige alte US-Präsident in seinem Strandhaus am Roe-Pot Beach in Delaware die Covid-Viren loszuwerden. Seine Kritiker aus den eigenen Reihen werden derweil immer mehr. Seine Kandidatur wird Biden kaum retten können, obwohl er sich stur wehrt. In jedem Fall wird der Parteitag der Demokraten vom 19. bis zum 22. August deutlich interessanter als bis vor einigen Monaten erwartet. Gerade erst ging in Milwaukee die Show der Rivalen zu Ende. Die Republikaner haben Donald Trump in kollektiver Verzückung auf den Schild gehoben, kurz nach seinem Attentat. Trump ist ihr Held, trotz seiner Skandale und auch wegen seiner Lügen. Jetzt bereitet sich Amerika auf die Konkurrenzveranstaltung einen Monat später in Chicago vor. Es könnte turbulent werden, dabei hatte Biden bei den Primaries den parteientären Vorwahlen keine echte Gegner. Schon erinnern Historiker an den August 1968, als dieser Democratic Party vor den Wahlen ebenfalls in ihrer Hochburg am Lake Michigan stritt. Nach Chicagoer Chaos Tagen gewann der damalige Vizepräsident Hubbard Humphrey, dessen Chef Lyndon B. Johnson nicht mehr antrat und verlor dann die Wahl gegen den Republikaner Richard Nixon. Es war die Ära der Proteste gegen den Vietnam Krieg. Zuvor waren Martin Luther King Jr. und Robert F. Also Kennedy ermordet worden. Ein gutes halbes Jahrhundert danach protestieren linke Liberale wegen Gaza und Trump ist gerade im Fingerbreite einem Mordversuch entkommen. Bei seiner 10 Nominierungsrede in Wisconsin malte er das Bild vom Auferstandenen, der das alte Amerika wiederbeleben will. Nicht zufällig waren unter seinen einpeitschern Veteranen wie der Wrestler Hulk Hogan und der Country-Sänger Lee Greenwood. Die verwirrten Demokraten fahnden derweil nach ihrer Zukunft. Aber nach wem? Noch will Biden offenbar nicht loslassen. Jedenfalls meldete er sich nach Trumps Vortrag aus dem Krankenstand. In einem Statement sprach er von Trumps düsteren Visionen verkündete gemeinsam als Partei und als Land werde man ihn an der Wahlurne besiegen. Er freue sich darauf, nächste Woche wieder auf Wahlkampftour zu gehen, um für seine Vision von Demokratie, Recht und Freiheit zu werben. Immer mehr Demokraten allerdings wollen den Bewerber Biden schleunigst auswechseln. Stand jetzt wohl mit Kamala Harris. Lange war die Vizepräsidentin unsichtbar gewesen, was außer ihrer eigenen Zurückhaltung Bidens Dominanz zuzuschreiben war. Nun ist sie die naheliegendste Wahl, wenn die wachsende Zahl demokratischer Mandatsträger oder Legenden wie Barack Obama und Nancy Pelosi den stark gealterten Amtsinhaber zum Rückzug bewegen. Sie wäre auch die einfachste Alternative. Auf Bühnen steigt sie seit bereits Monaten. Etliche Demokraten fürchten indes, dass sie für die Trump leichte Beute wäre. Sie war für uns geworden, weil sie einen furchtbaren Wahlkampf geführt hat. Erinnert sich ein anonymer Stratege der Demokraten in Washington Post an ihre flüchtliche Bewerbung 2019. Seinerzeit zog die frühere Senatorin und Staatsanwältin aus Kalifornien vor den ersten Primaries zurück. Diesmal musste Biden oder müssten Biden möglichst das weitere Establishment ihrer offiziell beistehen, sobald der Chef einem Personal Wirchsel zustimmt. Alles andere wäre ein Affront gegen sie. Biden hätte die Juristin Harris ja 2020 und 2024 zum Running Mate gemacht. Hält er sich bei der Erbfolge heraus, so würde er die afroamerikanische Wählerschaft verprellen und vielleicht auch andere, die sich eine US-Präsidentin wünschen. Aber weil ihr genau das viele Amerikaner nicht zutrauen, darunter zahlreiche Demokraten, Ausscheiden sind etliche Szenarien denkbar. Das anfangs öde US-Wahljahr 2024 wird zum Thriller. Da wären außer Kamala Harris theoretisch Gavin Newsom, der telegene Gouverneur aus Kalifornien und Gretchen Whitmer, die Gouverneurin aus Michigan. Da wäre der Milliardär JB Pitzker, Gouverneur aus Illinois. Seiner Familie gehört die Hyatt Hotels. Seine Schwester Penny Pitzker war Obamas Handelsministerin. Da wäre Mark Kelly, Senator aus Arizona, der als Astronaut einst das Space Shuttle gesteuert hat. Verheiratet ist er mit Gabby Giffords, der 2011 in den Kopf geschossen wurde. Sie kämpft seither schwer gezeichnet gegen die epidemische Waffengewalt. Sie alle sind Anfang 50 bis Anfang 60 und haben Erfahrungen auf hohen Posten. Gretchen Whitmer hat in ihrem Revier zuletzt besonders mit ihrem Einsatz für die freie Entscheidung bei der Abtreibung erfolgt und fiel damit auch überregional auf. Newsom, Pitzker und Whitmer laufen sich jedoch eher für 2028 warm. Außerdem sind sie einerseits außerhalb des Bundesstaates weitestgehend unbekannt. Das würde zwar den Überraschungseffekt steigern, Trumps Republikaner liefern mit ihrer Kampagne gegen Biden Harris plötzlich ins Leere, aber in wenigen Wochen lässt sich eine Gouverneurin oder ein Gouverneur schwerlich zur amerikanischen Berühmtheit machen. Auch der einstige Senator Obama aus Illinois hatte 2007 8 länger Zeit. Michelle Obama und Hillary Clinton, die jeder kennt, sind Noch macht niemand seinen Anspruch publik, bevor Joe Biden aussteigt. Auch Kamala Harris versichert ihre Treue. Wobei sie dem Wall Street Journal auch schon im Februar gesagt hätte, ich bin bereit zu dienen, daran gibt es keinen Zweifel. Jeder, der sie bei ihrer Arbeit sehe, ist sich meiner Führungsqualitäten voll die Gouverneure von Pennsylvania, Maryland und Kentucky. Der liberale und sehr religiöse Bashir, 46 zum Beispiel, regiert erfolgreich das ansonsten stockkonservative Kentucky. Er wäre eine bemerkenswerte Antwort auf Trumps Vize J.D. Vance aus dem stockkonservativen Ohio. Eine Kampfabstimmung beim Parteikonvent in Chicago wäre eine Attraktion, aber gelinde gesagt riskant. In Umfragen führt Trump, wenn auch knapp. Jeder demokratische Fehler könnte die Niederlage besiegeln. Trumps Republikaner gelten auf einmal als vereinter Block und Bidens Demokraten als zerstrittener Haufen. Noch 2023 war es vollkommen umgekehrt. In seinen Vorwahlen ohne Herausforderer hatte Biden 3896 Delegierten Stimmen eingesammelt. Mehr als 90%. Die müsste er freigeben. Dazu kommen 700 sogenannte Superdelegierte. Das sind vor allem Abgeordnete, Senatoren, Gouverneure sowie Mitglieder der Parteiführung. Sie dürfen im ersten Wahlgang laut Reglement nicht mitmachen und könnten Biden kaum verhindern, falls sich eine Mehrheit der Basis für ihn ausspricht. In späteren Wahlgängen wären sie dabei. Sollte Biden sich gegen eine Kandidatur entscheiden, so müsste es schnell gehen, riet der kalifornische Abgeordnete Zoe Lofgren beim Sender MSNBC. Man braucht ein transparent öffentliches Verfahren. Sie glauben nicht, dass wir eine Krönung vornehmen können, aber Lofgren sitzt seit 30 Jahren im Kongress. Am Donnerstag schrieb sie Joe Biden einen Brief. Zitat einfach ausgedrückt, ihre Kandidatur ist auf dem besten Weg, das Weiße Haus zu verlieren und möglicherweise entscheidende Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat zu beeinflussen. Sie fordern ihn dringend auf, von der Nominierung zurückzutreten. Einlenken wird der Präsident wohl frühestens nach der Rede von Benjamin Netanyahu auf Einladung der Republikaner am Mittwoch im Kongress. Israels Premier ist kein Freund Bidens. Den Triumph vorher aufzugeben wird der Netanyahu nicht gönnen. Ei, 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 Das war's mit den Nachrichten. Heute ein bisschen mehr, aber dafür auch sehr ausführlich. Das war's